Hey und willkommen hier zu meiner neuen Reihe der Umgestaltung des Maischuno Meadows Park hier in diesem See Großstadt leben. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier voll cool dieser Park. Nein, gar nicht. Der ist voll lame irgendwie. Es ist so ein schönes Grundstück. Es ist so wunderschön, so mitten im grünen ringsrum die Stadt. Es ist so ein toller Ort. Es gibt so schöne Gartenanlagen hier drumherum. Unbedingt mal besuchen, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber das Grundstück ist irgendwie voll öde. Das ist ein Spezialgrundstück übrigens. Center Park. Man kann nichts ändern. Man kann kein Wohngrundstück draußen machen. Gar nichts. Das einzige, was man hier quasi hat, ist so eine Bar und die wird bedient und sonst ist da irgendwie nix. Es ist hier nix. Man kann hier heiraten. Das vielleicht noch ganz schön, aber mehr ist da auch nicht. Es ist ein bisschen Pavilion, ein bisschen Park. Wie gesagt, das hat man alles drumherum und deswegen möchte ich das Ding abreißen. Komplett hier. Das ist so ein wunderschönes, riesengroßes Grundstück auch. Das muss weg. So. Und stattdessen möchte ich hier was ganz cooles ausprobieren heute. Und zwar möchte ich ein Zirkuszelt bauen. Ja, ein Zirkuszelt. Wieso ein Zirkuszelt? Ich finde das einfach einen ganz schönen Platz hier oben auf diesem Fundament, um da einen Zirkus irgendwie hinzumachen. Ich finde das irgendwie voll cool. Das könnte so ein bisschen ein stabilerer Zirkus sein, der vielleicht längst auch dort ist und nicht so ein Wanderzirkus. Und auf jeden Fall müssen da so ein paar Festivalsachen her, weil die Festivals sind so selten irgendwie, finde ich, und man weiß nie, wann welches stattfindet. Und so ein paar Sachen vom Festival, eigentlich schon einige, die kann man hier nämlich auch dann platzieren, weil die sind im Stieback drin. Und jetzt möchte ich aber mal anfangen, hier zu bauen, sonst wird das heute nix mehr. Machen wir mal das Gitter rein und ich würde mal sagen, wir probieren das einfach mal, ob das überhaupt klappt mit dem Zelt. Auch wenn das nicht klappt, ich mache trotzdem irgendwie dann eine Umgestaltung des Parks. Das Zelt, das würde ich gerne hier irgendwie in die Ecke irgendwie reinmachen. Ich weiß noch nicht, ob wir das dahin machen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich möchte das gerne nach hinten irgendwie tun. Nach hinten und ja, ja, nicht ans Wasser oder ne, am Wasser ist schöner. Hier machen wir das in die Ecke rein. Und da mache ich jetzt erstmal, mache ich jetzt erstmal, hier ist auch so ein Weg, das ist auch ganz gut. Wir machen mal, also man muss immer, wenn man diese Dächer platziert, dann muss man da gucken, dass man da sechs Kästchen hat oder so mindestens. Und das sind sieben. Und das muss eine durch zwei teilbare Zahl sein, weil hier muss man nachher in der Mitte das Dach hinmachen. Zeige ich gleich. Und hier müssen wir jetzt so, ich würde sagen, acht ist ein bisschen wenig. Drei, sechs, neun machen wir. Runde zehn. Dann ist das halbwegs, halbwegs rund, sage ich jetzt mal. Also entsprechend natürlich rund in Anführungszeichen. Ja, so, dass es eben gleichmäßig breit ist, wie lang auch, weil das wird ein Riesenzelt. So, das probieren wir mal aus, ob das so funktioniert. So, was haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, und da auch wieder sechs. Ich habe das sechs Stück. Fünf, sechs, so. So, das passt auch hier. Auch hier wieder zehn. Ich gucke jetzt mal, ob das so passt. Noch eins, zwei weiter hier. Ja, sechs. So, noch eins und wieder zu hier. So, jetzt haben wir unsere Basis. Unsere Basis und oben brauchen wir das Gleiche nochmal. Da möchte ich aber, zählt ja meistens in der Mitte oben, so ein, so ein, ja, wie sagt man, so ein, so ein, so ein, so ein, es ist halt nach oben quadratisch, ne, quasi. Und jetzt muss ich mal gucken, wie wir da anfangen am besten. Es wird schwierig, es wird schwierig. Wie viele Kästchen machen wir denn da? Es ist echt schwierig. Also man muss da immer gucken, dass es am Anfang stimmt, sonst verbaut man sich das am Ende. Ich würde sagen, auch wieder so um die zehn, ne, da müssen wir die irgendwie genauso in die Mitte machen. Das wäre doch vielleicht hier irgendwie was, dass wir hier anfangen und dann zu jeder Ecke hin. Dann haben wir das Ding zentral in der Mitte, ja. Und jetzt muss ich gucken, dass ich da ein Dach nämlich richtig schön drauf kriege. Ich glaube, ich mache das unten auch mal hier auf die höchste und das vielleicht auf die mittlere, ja, vielleicht soll schon ein großes Zelt werden. Das wird jetzt aber schwierig. Ich glaube, da müssen wir jetzt aufpassen und zwar kriegt man ja nur eine bestimmte Dachhöhe hin und ein Zelt ist schon ein ziemliches Ungetüm, was der hier angeht. Ich glaube, man kommt da gar nicht arg viel weiter hoch, ne. Das ist die maximale. Darf nicht so hoch sein. Man muss die ja immer so nach Innenwölben, damit es so aussieht wie so ein Zelt, wie so ein Zeltplan ist, so ein Stoff, der eben so runterhängt. Und ja, das Ding würde ich jetzt so weiß machen hier, das weiß. Das sieht aus wie so ein Zelt. Wir können das auch mal hier hin machen und nachher überall außen rum vorhängen. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist meine Planung. Meine Planung dafür. Und jetzt brauchen wir so schräge Dinger. Und die schrägen Dinger, die sind ganz schräg, die muss man hier so jetzt hin machen und die sollen auch quadratisch sein. Jetzt mal gucken, wo wir da rauskommen. Ja, das passt ganz gut. So haben wir gezählt wieder. Ne, haben wir gezählt. Jetzt passt das alles. Sehr schön. Sieht schon mal ganz gut aus. So machen wir das. Ich glaube, das geht auch nicht weiter hoch. Ja, das ist leider so. Und das Ding kann man jetzt, ich mache es erstmal noch weiß, das Ding kann man jetzt kopieren hier, kurzerhand mit Shift gedrückt halten. Dann hat man es nochmal an der Maus. Und jetzt mache ich mir hier so vier Dinger hin. Das sind dann meine vier Mini-Zelte. Es ist immer gestützt durch so Stützen in der Mitte. Die sieht man außen gar nicht. Vielleicht können wir da auch einiges mit Lichterketten machen. Das ist auch so das Grundfeature quasi, wo ich sage, okay, wir müssen hier irgendwie was machen. Jetzt könnte man mit einem Dach hier zumachen, glaube ich. Was nehmen wir denn da? Vielleicht so eins. So eins. Und das muss hier anstoßen. Und dann nach unten. Und dann hier so die Schräge. Hier so. Oh, da kommt das oben wieder raus. Unten auch. Das wollen wir nicht. Ah, das guckt da raus am Eck. Das ist blöd. Das müssen wir eins weiter rein machen. Und... Ah, nicht so arg hier. Nicht so sehr. Nicht so sehr gewölbt. Das soll trotzdem noch aussehen wie ein Zelt irgendwie. Das sieht schon mal ganz gut aus, ne? Sieht schon mal ganz gut aus. Wir haben so ein paar... Ja. Ja, ja. Doch, doch, das wird gut. Doch, das wird gut. So ein bisschen, so ein bisschen muss ich schon rein. Das sieht dann mehr nach Zelt aus irgendwie. Wir haben hier noch keinen schönen Übergang. Vielleicht können wir das eins weiter nach innen plumpsen lassen. Ne, dann guckt es so komisch raus. Also wieder zurück. Kommande zurück. So, dann machen wir die einfach ein bisschen tiefer. Wir können ja auch noch eine Umrandung machen für das Dach. Oh ja, das passt sogar. Guck mal eine an. Sehr schön. So will ich das haben. Geht da mal aus? Das ist doch ganz gut. Gut. Und das Ganze jetzt... Ringsrum. Kriegen wir irgendwie... Da gibt es kein Rot, ne? Oder? Doch, da gibt es so ein... Ah, das ist aber so ein komisches... So ein komisches Lachsrot oder was ist das? Ah, das ist gar nicht schön. Ich hätte gerne so ein richtiges Rot-Weiß irgendwie. Dann könnte man die so abwechseln irgendwie. Das wäre, glaube ich, nicht zu schlecht. Ah, das sieht aber komisch aus irgendwie. Das ist so ein Lachsrot. Ich bin da nicht so ganz begeistert von. Aber nur Weiß ist auch komisch. Ich möchte unten auf jeden Fall rote Vorhänge nehmen. Ah, das ist gar kein Blau. Das ist so ein... So ein Beton... Grün... Ja, das wäre schon ein bisschen so ein Knomzelt dann irgendwie, wenn wir das Grün machen. Aber das Grün ist wenigstens schön irgendwie. Das passt auch ein bisschen zu der Natur dazu. Ich weiß auch nicht. Dann sieht es nicht ganz so plastikmäßig aus. Ich finde, alles im Spiel ist immer so ein bisschen plastikmäßig. Was können wir denn hier noch machen? Das muss irgendwie noch anders. Vielleicht können wir die einfach schmaler ziehen. Schmaler ziehen und auch kopieren. Und dann einfärben mit Streifen. Weil wir können ja leider keine Streifen... Wir haben kein Streifendach. Aber so könnte man das hinbekommen. Wenn wir das jetzt so... Das macht nochmal zwei und dann macht es nur eins. Hä? Und dann macht es aber zwei. Hä? Wieso macht es hier zwei und hier rechts lässt es mich nur eins? Das ist aber auch komisch. Okay, ähm... Dann müssen wir... Wie sieht das denn aus, wenn wir das... Wenn wir das so machen und das dann so... Und das geht gar nicht auf. So geht es auf. Aber das sieht blöd aus. Das müssen wir dann auch einfärben. Oh, das sieht ja ganz cool aus. Sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus. Wir können dann noch hier vielleicht doch nochmal probieren mit dem Rot. Mit dem Rot, in Anführungszeichen. Ja, sieht schon besser aus, ne? Sieht schon besser aus wie das Grün. Aber vielleicht machen wir das Ganze andersrum. Hier machen wir nur die Streifen... Machen wir nur die Streifen rot und das alles weiß. Dann haben wir nicht so viel Rot von diesem komischen Lachsrot drin. Ja, es ist auch ein bisschen wenig dann. Ich muss mal gucken, wie das aussieht, wenn wir die Dinger jetzt kopieren. Die packe ich mir mal darüber. Die packe ich mir mal darüber. Da am Rand können wir nicht anfangen. Da müssen wir jetzt noch was überlegen. Aber ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit. Und zwar mit diesem... Das war nix. Fangen wir mal hier weiter. So, 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 so. Du kommst weg. Vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit mit diesem einen Dach da. Das haben wir auch genommen im Family-Dingens. So, so, so. Jetzt geht es wieder nicht zu einer Scheiße hier. Aber auch, was machst du da? Vielleicht müssen wir die doch nacheinander platzieren. Ich weiß nicht, wie das Spiel die auswählt nach der Farbe. Ich glaube, das hat einen Einfluss, in welcher Reihenfolge man die platziert, welcher Streifen entsprechend eingefärbt werden kann. Weil die Dinger sind ja, wie gesagt, noch breiter eigentlich als das, was ich hier einfärbe. Das hat mich wundert, ehrlich gesagt, schon, dass es so gut klappt. Ja, genau. Das hat wirklich einen Einfluss, in welcher Reihenfolge man die platziert. Wahnsinn, ne? Nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das gut aussieht mit dem... Vielleicht können wir oben noch irgendwie... Vielleicht können wir oben... Das oben... Ja... Vielleicht können wir da nochmal ein Dach reinsetzen oder so. Nochmal so ein Dach, so ein warmen Dach. Das wir dann anders neigen vielleicht. Anders neigen. Oder wir machen das einfach eins kleiner. Das würde auch gehen, ne? Das ist irgendwie anders. Jetzt guckt es gar nicht mehr. Wenn wir das so machen... So irgendwie, dann hat man noch... Ah, das sieht auch komisch aus, ne? Schade, dass man da nicht mehrere Spitzen reinmachen kann. Und ich würde schon gern... Was ist, wenn man das... Wenn man das anders... Wenn man das so... Ne, das muss... Das muss nach innen. Das muss nach innen. Was ist, wenn man das so irgendwie... Ist auch nicht so gut. Was ist, wenn man das kleiner macht? Oh, guck mal. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist man das so... Genius. Genau. Wir machen das... Das ist jetzt länger. Das sieht jetzt so aus. Das ist das Dach. Und dann, dass oben zwei Kästchen sind. Also zwei... Keine einzelne Spitze, sondern zwei so Spitzen quasi. Und dann kann man das, glaube ich, so ganz gut machen. Ja, cool. Ja, das sieht voll gut aus jetzt, oder? Oder, Roder? Wie machen wir den Hausdach? Es muss ein bisschen noch nach innen auch noch gehen. Ein bisschen können wir, glaube ich, noch das Ding stauchen. So, ne? Dass es oben schön die Spitze anlegt. Dann sieht es mir aus wie eine Farbe. Und nicht wie ein Ding. Wie ein zweites Dach. Beides mit dem Schatten auch ganz gut ist. Ich kopiere mir das jetzt auch nochmal, damit wir die gleichen Winkel haben. Das ist genial mit dem Dach kopieren. Dass man jetzt auch die gleichen Winkel und so kopieren kann. Weil sonst würde man das, glaube ich, nie ganz genau hinkriegen. Vor allen Dingen, wenn man nicht mit diesen Stufen arbeitet. Also mit diesem Dück, Dück, Dück. Sondern mit Alt. Ne? Das ist ein Tipp hier wieder mit drin. Mit Alt kann man das komplett frei in der Höhe verschieben. Alt gedrückt halten. Und wenn man Alt nicht gedrückt hält, dann hat man so Stufen. So, Dück, 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 Dück. Ne? So, wieder zurück. So. Genau. Okay. Boah, das sieht schon mal ganz gut aus. Sonst möchte ich aber was ausprobieren. Gleich mal mit den Lichterketten. Wir bauen das mal ja nur auf der Seite. Hier ist es schön angestrahlt. Ja. Mit den Lichterketten. Wo finde ich die denn? Die gibt es in für Center Park bestimmte Objekte. Ja, ja. Die gibt es hier drin sogar. Sehr gut. Und die am BB.moveObjects. So, die können wir eventuell vergrößern. Jetzt gucken wir mal, ob das passt. Das wäre natürlich auch witzig. Boah, ich glaube, das passt sogar. Guckt mal eine an. Wenn wir die da oben so als, das sind ja die Stützen für das Zeltdach. Und die kann man jetzt hier so im Kreis das sehen. Oh, das ist genial. Da bleibt mir gleich die Stimme weg hier. Kratzt hier der Hals. Wahnsinn. Also Glück muss man manchmal auch haben, ne? So. So, 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 so. Punkt und Kammer kann man die drehen. Eben 45 Grad Winkel. Ja, das ist ganz gut. Das ist genial. Ah, ich muss an der Seite angucken. Wow, cool. Wow. Vielleicht können wir jetzt hier noch irgendwie nochmal so Dinger hinmachen. So, irgendwie so. Dass das hier so noch so zeltstützend sind oder was. Na? Das wäre doch nice hier. Dass das noch so ein bisschen mehr Halt hat. Sonst zieht das so wackel-dackel-mäßig. Oh, das ist voll geil. Leute, Leute, Leute. Das habe ich da wieder angefangen. Ich hätte nie gedacht, dass es so gut klappt. Ich muss schon sagen. Ich muss schon sagen. Also es ist... Ich meine, was man hat... Was für Tools hat man? Eigentlich kann man keine Zelte machen. Aber das... Also... Jetzt mal ehrlich. Also... Das ist doch... Das ist doch genial, oder? Also was man da mit den Lichterketten auch dann gleich rausholt. Es ist schon... Schon genial. Es ist schon genial. In solchen Fall kann man die auch noch weiter rein verstecken. Einfach in das Zelt rein. Die stehen jetzt so ein bisschen weit weg. Ja. Sollen wir mal ausprobieren, wie das aussieht vielleicht. Wobei ich das nicht mal so... Ja, man hat halt keine Schrägen. Das sind eigentlich nur so Seile so im Boden verankert. Aber das hat man ja nicht, ne? Es gibt ja gar nichts. Es gibt ja gar nichts. Ah ja, nee. Dann machen wir die halbe Lichterkette ja kaputt. Das ist ja nicht so schön, oder? Wenn man die einfach hier angrenzen lässt... Dann zieht das so ein bisschen aus danach. Ich weiß aber nicht, ob das da so... Wenn wir die Spitzen nicht noch höher machen... Nee, das geht nicht. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn mit den Pfostendingern? Also ich finde das rechte eigentlich, glaube ich, schöner. Wenn die so ein bisschen weiter wegstehen. Wobei, das hat auch was. Das ist mehr so komprimiert. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal die Vorhänge platzieren. Sonst wirkt das noch gar nicht richtig. Was nehmen wir denn da für Vorhänge? Deko. Wieso ist das Deko eigentlich immer noch markiert? Ich habe hier nichts mehr, was ich nicht platziert habe. Es ist alles... Hier drin ist auch alles, ne? Es gibt nichts mehr, was ich nicht platziert habe. Wirklich. Es ist immer noch Gold. Wie wenn das Neues wäre. Deko-Vorhänge. So. Das probieren wir jetzt mal aus. Vorhänge. Yeah. Vorhänge, Vorhänge, Vorhänge. Oder? Probieren wir das auch mal wieder auf der Seite aus. Also die passen schon mal ganz gut. Ja, die sind halt nicht so breit. Wir müssen ganz breit hier nehmen. Sowas können wir auch probieren. Boah, das ist auch geil. Schade, dass es kein rotes Dach gibt. Das kotzt mich so an, Leute. Echt. Das kotzt mich so an, oder? Komm, wir schreiben jetzt allen... Wir schreiben jetzt allen Entwicklern alle gleichzeitig einen Brief. Ein Brief. Ein Brief. Ein Pre-Mail. Ein Brief. Und sagen, hey Leute, guck's mal an hier. Ist nicht so schallend mit den Dachfarben. Und wenn jetzt alle Zuschauer, das sind ja mal ein paar tausend, dann das Schreiben. Und das kann man nicht schön ineinander platzieren. Dann ist das schon mal rausgefallen. Aber das Ding behalte ich mir mal irgendwo. Die müsste man jetzt probieren. Ich probiere mal, ob man die ineinander platzieren kann. Und vergrößern. Vergrößerungs-Gi. Der sieht auch so ein bisschen nach Zelt aus. Und nach... Ja, ich möchte so ein richtiges Stoffzelt. Also so ein richtiges Stoffbahnen-Zelt haben. Dann macht man mal so. Und dann... Ja, das geht nicht ganz. Da brauchen wir nochmal eins mehr. So. Und dann so. So erstmal hier. Ja, das macht ja nichts, wenn die ineinander sind. Ich sehe gerade, die passen ganz gut ineinander. Die passen ganz gut. Ja, das sind so ein paar Überhängdinger da noch. Aber das wirkt jetzt irgendwie, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Das wirkt so ein bisschen mehr wie ein Zelt. So irgendwie, ne? So richtig noch... Nicht mehr wie so ein Gebäude mit Wand, sondern mehr wie so ein Zelt einfach. Ja. Ja, das freut mich jetzt. Oh, das ist so cool. So. Dann können wir da nochmal so ein bisschen jetzt hier die Dinger hier platzieren, dass wir die doch wieder außen hin machen. Und wir können ja durchaus, weil diese Säulen, die gibt es ja nochmal auch, als Säule-Säule, als Einzelsäule. Hier. Gibt es die auch nochmal. Ich habe jetzt einfach mal diese Dinger genommen. Wir färben die auch noch um, ne? Die gibt es ja auch noch als Säule, ne? Ohne alles dran. Hier gibt es die auch noch. Hier, Wahnsinn. Hier, was die Entwickler machen. Boah, boah. Dann können wir die vielleicht trotzdem hier nochmal als... Oder nach oben. Irgendwie stört mich da oben am Dach die ganze Zeit noch das Weiße, dass die Streifen da aufhören. Eigentlich müssten die ja weitergehen, ne? Jetzt gucken wir gleich mal noch, ob wir die irgendwie auch noch hinkriegen. Ähm, die sind jetzt schon ein bisschen mickrig, die Säulen, ne? Die sind doch, die verschwinden so in diesem... In diesem Dings hier. Mal gucken, wie wir das machen. Ich muss jetzt hier auch nochmal so... Und was machen wir überhaupt in das Zelt rein? Das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht eine Karaoke-Bar oder so. So. Jetzt muss ich mal ausprobieren, ob wir bei denen vorhängen bleiben. Jetzt muss ich mir angucken im Gesamten. Jetzt rutscht das Ding wieder hier rum wie ein komischer Wackeldackel hier. Hier, hör mal auf, hier, Mann. Hör mal auf. Sonst raste ich ja aus, wenn du nicht einrastest. Hier, Mann. Hör mal auf, hier. Das gibt's ja wohl nicht so eine Frechheit. Hör mal auf, hier rum zu hüpfeln. Das gibt's doch nicht. Hörst du mir nicht zu, oder was hier? Das gibt's ja wohl nicht hier. So, jetzt aber. So. Boah, das wird voll geil, Leute. Das wird voll cool. Boah, das sieht da wahnsinnig cool aus. Wir müssen jetzt mal was probieren. Und zwar möchte ich noch mit denen was probieren. Die gibt's nämlich auch in Rot, weiß ich. Ja, ich weiß. Und da können wir vielleicht damit so eine Art Eingang machen oder so. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das wirkt wieder. Wir haben ja eigentlich fast schon die ganze Wandbräume hier. Vielleicht machen wir da doch lieber eine Dreierwand als Eingang. Probieren wir jetzt. Boah, das sieht schon mal geil aus. Aber da oben das Dach, das nervt mich irgendwie noch. Können wir das nicht noch irgendwie, dass wir das doch vielleicht hier unten auch kleiner machen? Und dann wegen mir ein bisschen höher oder irgendwie, dass das rausguckt oder was? Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Das geht nicht. Das muss doch irgendwie gehen, dass das rausguckt. Nur in der Mitte oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Hier, Mann. Hör mal auf. Wir müssen da irgendwas mal ausprobieren. Hm. Was wird da schon? So. Ah, jetzt kommen wieder seine hier. Guck mal eine an. Ich hab schon was gesehen jetzt hier. Ah. So will ich das haben. Genau, weil dann geht das rot hier über. Wir müssen noch gucken mit der Spitze. Dass wir die irgendwie noch weiter hoch kriegen da. Ah, nicht so weit, Mensch. Schau doch mal auf hier. So, so ist doch cool. Genau. Das machen wir jetzt. Wo ist das andere Dach? Jetzt ist das weg. Jetzt muss ich das kurz hier wegschieben. Das brauchen wir nicht mehr. Das kopieren wir. Hier rüber. Drehen. Punkt und Komma, ne? Kennt ihr alle. Wisst ihr alle, wie es geht. So. Und jetzt hier da wieder. Oben drauf. So. Jetzt kommt geil rüber. Ja klar. Dafür können wir das hier auch nochmal machen. Ähm. Mit den. Ja, da wird es vielleicht ein bisschen zu bunten. Das sieht jetzt wieder mehr aus wie Pyramide oder so. Da müssen wir aufpassen. Ähm. Genau. Den Eingang wollte ich jetzt noch ausprobieren. Den Eingang. Den Eingang. Wie machen wir denn den Eingang? How can we do this? How can we do this? Können wir das schaffen? Jo. Wir schaffen das. Hm. Ich weiß nicht, ob das sogar passt dann, wenn man die. Weil man kann die ja jetzt nicht so sehr ineinander. Ich muss ja mindestens drei Stück platzieren. Sonst habe ich hier eine Lücke. Das ist ja blöd. Das ist ja doof. Ich muss ja mindestens drei Stück platzieren. Sonst habe ich eine Lücke. Das geht gar nicht anders. Dann bin ich schon in der Mitte. Das ist leicht, leicht dämlich. Was haben wir denn noch für Vorhänge? Ja, das ist wichtig. Das ist echt wichtig. Das sieht mir zu wenig nach Zelt aus. Das finde ich, das sieht so, oder? Das ist echt schwierig. Eigentlich sind das auch total schöne. Für so ein Zelt. Und oben hat man noch die Stange und so. Das ist gar nicht mal so schlecht. So Schlaufen-mäßig. Hat so ein bisschen was... Ding, 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 ding. Ah, Moment mal. Ich muss jetzt kurz was anderes platzieren. Weil sonst weiß ich das nachher nicht mehr. Wir haben ja auch noch so Wimpel-Dinger. Wir haben auch noch so Wimpel. Die können wir vielleicht auch nehmen noch. Wow. Wow. Ja, wie cool. Das sind ja voll die Zirkus-Dinger. Das sind ja voll die Zirkus-Dinger, Leute. Ist ja der Wahnsinn. Die müssen wir hier so dazwischen machen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich das hier abgezählt habe, oder was. Ist ja der Wahnsinn. Das passt ja genau rein hier. Ist ja krass. Sonst müssen wir eins weiter noch nach außen, ne? So. Wow, wie cool. Ja gut, in der Mitte muss halt noch eine Stange. Hören wir denn die Stange hier. Die müsste die Stange. Wir machen da eine kleine Stange. Wow, ist das cool. Oh, Leute, ich glaube, das wird mega. Das wird wieder ein Megaprojekt. Das wird wieder so ein... So ein... So ein, ähm... Spa... Spa-Dingens irgendwie. Na, das ist das Spa... Orient Spa. Das läuft genauso. Ach so, das flutscht mir richtig irgendwie richtig durch. Da habe ich irgendwie kaum Probleme. Ganz oft habe ich irgendwelche Probleme, ne? Ich verzweifle ja schon am Bass Family oder bin verzweifelt. Das Ding irgendwie... Na? Oh, da gibt es auch so tolle Sachen. Da gibt es auch so tolle. Moment mal. Wow, sowas wäre natürlich auch cool. Ist ein bisschen mini. Aber da könnte man auch die kleine nehmen, die vergrößern. Und dann hätte man auch so... Oh, das wäre so mehr so wahrsagermäßig dann, ne? Das hätte auch was. Moment mal. Wir könnten das vielleicht nehmen, weil das passt farblich. Es sieht jetzt auf den ersten Moment ein bisschen wirklich komisch aus. Finde ich jetzt immer noch komisch auch. Stimmt auch. Habt ihr auch recht. Aber es passt halt eben farblich oben zum Dach. Wenn es kein anderes Dach gibt, dann lasst uns doch einen anderen Vorhang nehmen einfach. Also einen anderen... Ja, hier wird es wieder schwierig. Das kriegen wir da gar nicht hin hier. Oh Mann. Lasst uns doch einen anderen Vorhang nehmen. Wieso müssen wir dann den... Ja, das sind schon sehr viele Ringe jetzt hier oben. Ich weiß. Können wir das irgendwie kaschieren mit der Leiste hier? Ja. Oh, das wollten wir auch noch gucken hier am Dachrand, am Eck. Das sollten wir auch noch gucken. Ja, das reicht nicht ganz. So etwas können wir ja auch nicht machen. Das ist ja wohl ein Witz dann. Das mag nicht. Das mag nicht. Da müsst ihr erst eine Platte platzieren. Aber das könnte ja noch hinhauen. Das wird so eine etwas dickere Leiste. Das ist alles so. Ich mache mal ein anderes... Ich mache mal ein Tageslicht hier. Ah ja. 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 Ah, das ist aber zu wenig. Das ist mehr Zirkus irgendwie hier, ne? Das ist so... Ach, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich muss das mal jetzt hier... Ich muss das nochmal kopieren. Sonst... 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 Kann ich das nicht angucken. Ach Mann, jetzt rutscht doch nicht immer rauf hier. Ne, das ist glaube ich nichts, oder? Wir gucken nochmal weiter nach den Vorhängen. Es muss doch... Es muss doch noch... Oh, die gibt es auch noch, ne? Die sind auch nicht so schlecht. Die sehen so ein bisschen ranzig auch aus, sag ich mal. Wenn man schon tausendmal aufgehängt hat. Ähm... Das ist aber ein anderes Rot auch wieder, oder? Ne, das ist nur wegen dem Dunkeln da am Rand. Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Aber es ist nicht wirklich Zelt. Also es ist schon auch... Der hat oben aber so eine schöne Umrandung. Das finde ich ganz gut. Das finde ich ganz gut. Das finde ich echt ganz gut. Wenn wir mal den mal weg. Den haben wir ja drüben. Dann haben wir gleich einen Vergleich. So, mach dich größer, mach dich größer, mach dich größer, mach dich größer. Jetzt, danke. Okay, schön. So. Ja, der passt noch eher als der jetzt hier, ne? Ich glaube, die Schlaufendinger, die kann ich wegmachen. Ich glaube, die Schlaufendinger kann ich wegmachen. Ich glaube, das... Da haben wir auch Probleme dann nachher mit dem Aufhängen. Das wird nix. Das wird nix. Vielleicht als Highlight irgendwo, genau. Und die jetzt noch, die haben wir da drüben schon mal. Also da möchte ich gerne irgendwie so einen schönen Eingang vielleicht machen. Und... Damit jetzt hier vielleicht so... Ja, ja, ja. Oh, das ist auch geil. Aber die können wir auch nicht über eine ganze Breite. Die können wir für den Eingang verwenden. Ich mach das jetzt mal grob, ne? Nur, dass ihr da nicht irgendwie... Aber die sind cool für den Eingang. Das passt perfekt. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen spielen. Mit so einem Weiß noch innen drin oder so. Ist ja auch so ein... Oh, das können wir auch so machen. Das ist auch witzig. Dass man das irgendwie so macht oder so. Und dann... Auf der anderen Seite vielleicht so. Und ja, ich weiß. Wenn man die Wand entfernt, die Vorhänge, die bleiben aber hoffentlich. Die meisten. Das geht auf jeden Fall. Also man kriegt das schon hin. Und man kriegt das schon hin. Irgendwie so. Guck mal, wie geil das ist. Cool. Wenn man das jetzt noch schön macht, richtig? Das wird der Wahnsinn, glaube ich. So, die sind wieder zu fett. Die sind aber auch für innen. Vielleicht für so eine Manege. Ich weiß es nicht. Aber für außen, da brauchen wir nicht so oben so schwarze Dinger da. Das geht gar nicht. Wir hätten auch, glaube ich, die mit Weiß. Nee, haben wir gar nicht. Aber in ganz Weiß gibt es die. Aber das ist, glaube ich, auch nichts. Also ich will ja keine Hochzeitszelt. Ich finde ein Hochzeitszelt auch cool. Wäre auch krass. Aber jetzt weiß es mich aber hier so ein bisschen schon. Also ich muss schon sagen. Aber wir haben jetzt schon zu Zirkuszelt angefangen. Das wird kein... Oder wird das ein Hochzeitszelt? Oh Gott. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Die Frage der Fragen. Was haben wir denn noch? Oh ja, genau. Die aus Luxusparty. Die haben wir auch noch. Oh, die sehen cool aus. Die sehen auch schick aus irgendwie. So Festival-mäßig irgendwie. Die passen auch ganz gut. Die sind auch ganz schön. Also die finde ich auch. Aber die sind ein bisschen zu hoch. Wobei, da könnten wir... Da könnten wir tricksen mit dem Keller. Können wir tricksen mit dem Keller. Die können wir einfach im Keller platzieren. Und dann nach oben verschieben. Das Blöde daran wäre dann nur, dass die Sims da durchlaufen würden. Wobei, wenn wir die Wand dann einfach lassen... Die passen auch nicht an die Wand komplett hin. Die müsste man auch stauchen. Das weiß ich nicht, ob die gut aussehen, wenn man die staucht. Also ineinander versetzt platziert. Und das Tolle an denen ist, auch die leuchten eben auch. Ha, 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 ha. Die schreien ja quasi danach, genommen zu werden, ne? Sind eben aus Luxus-Party. Ich weiß, dass das nicht, 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 nicht sehr viele haben. So, so. Jetzt probiere ich hier nochmal was. Ich probiere hier nochmal was und ihr dürft dann schön abstimmen. Bis zur nächsten Folge in den Kommentaren. Was machen wir denn noch? Wir bestimmen nochmal einen. Ha, genau. Wir haben ja die Langvorhang-Klassik. Hier können wir auch den kleineren nehmen. Da habe ich jetzt eine Idee. Wenn wir jetzt den kleinsten nehmen, den vergrößern. Und dann, dann gibt es auch ein rotes, weiß ich. Wo ist er? Da. Wenn wir die so ineinander platzieren, guckt mal, dann hätten wir so ein Zirkusmuster, so rot-weiß gestreift. Das wird halt sehr nach Zelt aussehen auch, ne? Also das müsste man sich natürlich komplett ringsrum vorstellen. Ist jetzt auch ein anderer Stil wieder. Aber die, ja, die Idee, ich muss das Dach hier mal klonen irgendwie, sonst komme ich da nicht mehr halt voran. Das wird halt sonst nichts mehr. So, 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 so. Shift-Click, Shift-Click, Copy, Copy, Copy. So. Und hier dann so, eins, zwei, drei. Hm, das ärgert mich jetzt, dass das Dach eben, aber die wären richtig cool, ne? So als, die flackern nicht mal. Wenn man die so versetzt einfach ineinander platziert, das ist auch eine tolle Möglichkeit einfach. Und die Stangen da oben, die sind nicht so störend. Und wer hier schreibt jetzt hier, roter Vorhang, roter Vorhang. Das sind alle rot. Wenn ihr, wenn ihr über Vorhänge sprecht, dann zeige ich euch jetzt die Zahlen. Und dann dürft ihr mir kommentieren. Also die fallen raus, weil die können nicht ineinander platziert werden. Das ist Nummer eins. Sehr schwer. Das ist Nummer zwei. Oben schöner Rand. Das ist Nummer drei. Schlichte, ne? Das ist Nummer vier. Das hier, das ist eigentlich nur für den Eingang gut. Wobei, wenn ihr eine auswählt, wenn ihr einen auswählt, dann muss der auch zu diesem hier passen, ne? Also nochmal, nochmal, nochmal. Nummer eins, dieses dicke Zeugs hier. Finde ich aber gar nicht schlecht. Das hört sich jetzt so negativ an. Nummer zwei lässt euch von mir nicht beeinflussen. Nummer zwei, Nummer drei. Dann haben wir hier die gleichen nochmal. Genau. Das ist Nummer vier. Und das ist Nummer fünf. Wobei wir auch sagen muss, wobei ich noch sagen muss dazu. Also ihr könnt von eins bis fünf quasi abstimmen. Oder was anderes schreiben. Oder schreibt, ich habe auch die Geilsten vergessen. Den habe ich ja gesagt, den kann man bei Nacht sehen. Man kann die anderen auch schön beleuchten. Also so ist es jetzt nicht, dass man die jetzt nicht irgendwie hätte beleuchten können. Oder so. Man kann einfach eine Lampe drunter verstecken. Das sieht dann auch nice aus. Wobei bei denen sieht es cool aus. So. Also das geht auch bei allen. Das wäre nicht das Problem. Ich mache jetzt nochmal eine Rundfahrt. Am Morgen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer vier. Und hier die Nummer fünf. Da dürft ihr jetzt bitte abstimmen. Bitte abstimmen. Bitte abstimmen. Und zeigt mir auch warum und welchen überhaupt nicht. Und so. So ein Ranking wäre mal nicht schlecht auch. Bitte, bitte kommentieren. Vielen lieben Dank. Das war es dann für heute mit meinem Zirkuspark. So heißt das. Work in Progress. Ich weiß noch nicht, wie genau ich das nenne. Am Ende. Das Redesign von My Shudo Meadows. Da ist noch einiges zu tun. Das war es aber für heute. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Ja, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Nicht nur über eure Auswahl. Dann ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.